Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring, zu dir. Ich bin der Onkel, wieder mit einem Start ist der Revano. Ja, hallo. Und ja, wir drücken mal wieder auf Viereck. Bereit zum Metzeln. Hoffentlich läuft's jetzt ein bisschen besser für mich. Ich muss sagen, es ist langsam ein bisschen nervig, muss ich sagen. Wenn man die ganze Zeit verliert. Ich bin immer so ein Typ, der gerne sagt, der auch, der sagt, oder der es auch so meint natürlich, auch mal zu verlieren, finde ich auch nicht schlecht. Aber nur verlieren ist dann auch wieder nervig. Ich kenne ja nichts dafür, ne? Gib doch einfach keinen Kommentar ab. Warum gibst du dir keinen Kommentar ab, wenn ich da überhaupt was sage? Das verstehe ich nicht. Das ist doch reine Arroganz, deinen Kommentar noch drauf zu geben. Nein, Quatsch. Macht doch Spaß. Und ich sage immer, möge der Bessere gewinnen. Oh Gott. Jetzt werde ich bestimmt verlieren. Also ich habe einen gefunden. Du auch? Ah, scheiße, jetzt habe ich den wieder gedrückt. Ne, den, 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 den. Ja, du holst ihn wieder. Ist ja egal, wenn du weißt, wer es war. Eben. Ne, im Moment läuft es echt gut. Die letzten paar Tage waren jetzt gut für mich. Aber ihr wisst ja, wie schnell sich das ändern kann, ne? Wir hatten das ja auch schon so, dass ich übelst am Führen war. Und dann macht der Onkel, bam, bam, ich liege am Boden und ich gebe auf. Oder ich habe verloren. Oder er covert mich. Oder er wirft mich durch einen brennenden Tisch. Oder, 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 oder. Ja, dann gewinnt sie trotzdem noch. He, 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 he. He, he, he. Okay, dann würde ich sagen, drei, zwei, eins, check mal. Oh. Oh, oh, oh. Haben wir nicht irgendwie mal davon gesprochen, von, von dem Sting? Und jetzt ist er aber immer da. Wahnsinn, ey. Das, das ist die Energie. Das ist die Übertragung. Ich habe meinen Dango. Ich weiß nicht, der, der ist auch immer so, so, weiß ich nicht, so unsympathisch, finde ich, wenn ich den so sehe mit seiner Tussi. Aber, naja, ja, gut. Der hat auch noch eine Tussi mehr. Ja, die kommt immer mit dem Ring rein. Nee, nicht mehr. Okay, das letzte, was ich gesehen habe, das war so ein Royal Rumble. Da kam er dann mit der angerannt. Und dann war er am Grinsen. Und ja, und dann kam er rein, wurde direkt verprügelt und rausgeworfen. Ja, das war dann einfach Fandango. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich habe einen Technical. Du hast eine Legende oder eine Ikone oder alles zusammen. Okay. Yo, jetzt geht es doch direkt mal los hier. Schön. Ja. Mhm. Ich musste hier erstmal ordentlich verschwarten hier. Du findest mir immer zu schnell den Punkt. Ah, scheiße. Zu schnell, zu schnell. Oh, oh. Ah, okay. Hast gewonnen. Man, er ärgert sich. Mal gucken, was wir anders noch machen. Mein Gott, bei Traveld, ich wusste nicht mehr. Na, was ist denn da los hier? Oh, fuck. Schönes Ding. Schönes Ding hat er gemacht. Erstmal zwischen die Klöten fassen. So mag ich das. Ah, jetzt werfen wir hier an. Wer mit der Maske. Ah, der alte Sting. War das nicht so, dass der sich auch verletzt hat? Irgendwann so ein Kampf. Das hast du doch erzählt die ganze Zeit. Naja, das ist schon. Genau. Gegen den, äh, Seth Rollins hat er gefeiert. Wow, schön. Habt ihr gesehen? Wow, geil. Da wollte er mich schlagen und ich drehe mich weg und mache hier eine Kusselkorb-Rolle mit meinem Beinchen. Ja, direkt ins Gesicht. Kennst du nicht Kusselkorb? Ja, so ein... Oh, 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 nein, oh, nein. Moment, hm. Die scheiß Konters, wo er mich so verletzt, die sind am gefährlichsten, weil da verliere ich halt immer ordentlich. Oh, der war der Power-Schlag für uns Ding. Da ist direkt, da ist meiner direkt zu Tode erschöpft. Was ist denn jetzt los? Oh, 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 oh. Keine Ahnung. Das stand von Zürstäuwe vor mir oder bedauelt zu sein? Wahnsinn. Oh, auf die Kante. Oh, du wirst jetzt einfach儿ik. Ja, das war doch die Kante. Voll aufe Matte, aber auf die Kante, auf die Kante. Wahnsinn. Also auf die Matte, aber auf die Matte. Oh, auf die Matte. Oh, scheiße, scheiße. Ja! Schönes Ding. Das war schön. Endlich mal ein neuer Move hier. Unsere Matches sind immer unglaublich. So wie bei dem Freegame-Dings, da weißt du, Karrieremodus. Musst du ja immer die 4, 5 Sterne erreichen. Oh, schöner Move von Fandango. So, dann machen wir mal einen Wurf. Oder auch nicht. Oh, jetzt kriege ich die Wurfe von Fandango. Ah, aua. Das tut mir schon beim Ansehen weh. Das tut mir echt schon beim Ansehen weh. Oh, er macht wieder nur so einen läpperlichen Schlag. Läpperlichen, mhm. Ah, leckerlich. Ich bin zu schwer, mein Freund. Bam, so macht man das. Leckerli, sag ich dir. Lecker, lecker, lecker. So, was haben wir denn da für Moves? Oh, scheiße. Er hat's auch raus mit dem Konzern jetzt. Merkt ihr das? Mh, muss ich schon raus haben. Auf den Kopf. Auf den Kopf hat er mich geklatscht, der kleine Sack. Ja, fritz dich das an. Meine Fresse. Ja, ich weiß halt, was ich machen muss. Und da kann ich Pornata und muss sie ausnutzen. Oh, ich kann ja auch wieder was so schön aufziehen, Leute. Das zeigt ja direkt so. Der sagt da. Jetzt kann ich nix machen. Sei froh. Kein Konter mehr, verzutzt. Schweinerei. Schweinerei. Mach doch. Mach doch. Bis sie sich da mal ausgedingst haben. Oh, ich bin vorbeigelaufen. Oh mein Gott. Ja, die haben halt Schmerzen. Das ist halt, ne. Oh, oh. Oh, die hängen im Seil fest, ein Scheiß. Ah, lass mich in Ruhe, Mann. Mh. Und bam. Schönes Ding. Schönes Teil. Muss ich ja sagen. Der war gar nicht mehr so schlecht. Und abwärts. Schön. Und der, was machen wir jetzt? Gucken, kommt der hoch, kommt der hoch. Er kommt hoch, er kommt hoch. Und? Das gibt's doch nicht. Oh. Schönes Ding. Ach, geht mir das auch. Ich sag. Und Kavan, komm. One. Two. Oh, er kommt raus. Hm. Ich glaub, du hast deinen Widerstand eingesetzt, oder? Ne. Weil da so ein Video kam, wie du rausgekommen bist. Hm. Ja, wenn manchmal so ein Video kommt, wenn einer rauskommt, ist meistens immer noch ein bisschen äh, special da, da drinnen so Dramatik. Oh, du hast sogar ein Comeback. Der richtig scheiße ist. Ich kann nicht kondern. Ey, das geht mir auf den Sack. Wie konterst du? Mach doch. Drück ich an, was ich schon testet. Oh, Mann! Oh, Mann! Der Ockel gibt alles, der Ockel gibt alles, was er hat. Nö, du bist. Nö, du bist. Äh, herrlich. Aber ich hab noch einmal gedrückt, ich hab noch einmal gedrückt. Ja, der Ockel hat einmal gedrückt. Ja, der Ockel hat einmal gedrückt. Ja, da kannst du raus, bis zum Fußboden zu sein. Das waren die Scheide, Schäden. Aber cool, ey, ey. Ja, genau, voll cool. Ach, ich hab keine Schäden, nein, ich sag hier, das mit dem, mit dem, mit dem Momenta. Ja. Hahaha. Hahaha. Lacht der oder so dreckig, weißt du? Weil, merkt der schon, wenn der Ockel da noch verlieren ist, dann wird der, dann wird der Böse. Dann wird der, dann wird der krummelig. Hahaha. Dann hab ich auf einmal irgendwelche Schäden und so. Hahaha. Ganz plötzlich. Ah, guck mal, hat der gekontert. Schweinerrei. Ach komm, ich habe doch auch einen Angriff gemacht. Das war jetzt wieder Quatsch. Ach, das war jetzt wieder Quatsch. Das war Quatsch. Ja, ich habe gedrückt und das ist unfair, wenn ich drücke. Total unfair. Lass mich doch mal rüber. Erstmal auf die Klöte wieder. So ist es brav. Immer auf die Klöte. Hallo, könntest du mal bitte wieder reingehen? Dankeschön, lieber Skin. Oh, jetzt hat er mir eine verpasst. Du hast mir gerade mein S geklaut, du Sack. I'm the best in the business. Guck mal, ich zeige dir, wie ich dich in den Ring reinlasse. Nun zwar, ich gehe hier rüber und dann ganz so schön in den Ring kommen und ich tue dir nix. Das machst du nie. Du stichst oder vorne rum und guckst blöd. Oh. Aber warum? Ich muss sich auch angreifen. Kann ich auch mal in den Ring lassen. Aus Höflichkeit. Wenn ich mal Lust habe. Oh, ich kann nicht. Oh, bam. Suplex. Superplex, superplex. Ich muss so langsam mal meine Pechstreele wieder raus bügeln, ich hab's ja wahnsinn. Da kommst du schon wieder raus. Da bin ich mir schon ganz sicher, dass du da rauskommst. Was war das? Scorpion Deathlock. Ach Mensch, jetzt dreht mich. Mach ich das doch sinnlos. Ey, das ist so nervig. Mit dem Delay wollte ich sagen, das ist so nervig. Oh. Und ja, boom. Das ist witzig. Ich kann nichts machen. Finisher! Oder To-Finisher! Oder Force-Signature! Oh, da macht er richtig ne hübsche... ne kleine hübsche... Äh, wie heißt das Ding? Ich weiß, was ich meine, ne? Kastenbrot. Kastenbrot. Ja, sowas ungefähr, ja. Genau, ja, ja, das war's. Ach, scheiße! Kommt aus meinem Finisher raus, ey. Das ist echt scheiße. Läuft, ey! Ich hab ein Bein am Seil, das zählt, das zählt. Scheiße! Was, das zählt, das Bein? Eins, zwei, drei, vier, vier... Ja! Bin rausgekommen, Sting. So einfach ist das nicht mit mir, ja. Aua! Da muss er gleich wieder böse werden, ne? Da wird das Ding gleich wieder aggressiv hier. Und springt und greift mich an. Hm. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt kannst du nämlich wieder blocken. Dann werde ich dich jetzt vernichten. Dann werde ich dich jetzt vernichten. So, jetzt muss ich irgendwelche Moves machen, die mir ordentlich Punkte bringen. Und die schnell gehen. Schneller, umso besser. Oh. Fandango, sagt er. Fandango. Okay, er kommt nochmal raus, schön. Oh. Dropkick ins Gesicht. Da tut natürlich voll weh. Was machst du? Was war das denn? Das sah so geil aus, dass ich das gar nicht identifizieren konnte, den Angriff. Mhm. Ich hau in die Luft und mach nix. So nach dem Motto. Ja. Erstmal wieder gekontert. Mhm. 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 Ja, ja. Oh. Schönes Gerät. Schönes Gerät. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, super. Ah. Finisher. Schön. Und meine Hand drauf. Na komm. Na geh doch. Mein Gott. Das macht der den, der Junge. Ach doch auf, du Penner. Eins. Drei. Und ach man. Nur weil der so gekrabbelt ist wie so ein Idiot, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Hast du das gesehen, ey? Der wollte nicht covern. Nö, heut nicht. Ich krieg wieder den Todesschlag, dass mein Gehirn wieder wegfällt. Boah, halt mal die Fresse. Dein Gehirn ist schon lange mehr gefallen. Was? Was? Dafür mach ich die fertig jetzt. Oh, scheiße. Mann, er ist wieder geschöpft kaputt. Och nein. Ja, komm. Eins. Drei. Und... Nein, ja. Komm. Nein. 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 Ja. Ja, Sting ist weg. Ja. Oh, war das spannend. Erst cover ich dich. Du coverst mich. Ich cover dich. Oh. Das war so geil. Oh. Oh. Ich hab nen Headrick. Und der Sting ist weg. Der Sting ist weg. Eeeh. Gegen Fandango. Oh. Geil. Da ist der Okel sprachlos. Hört ihr das? Oh. Ja, aber die Brüder. Aber jetzt, Okel, da musst du zugeben. Das war geil, oder? Ich cover dich. Du coverst mich. Ich cover dich. Ende. Das war geil, oder? Toil, toll. Hehehe. Wer ist dran? Ich oder du? Ich. So, mein Lieben, Freunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis denn. Und. Ciao. Ciao. Ciao.